Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Oxenfree, liebe Drifters und Drifterinnen. Zuletzt haben wir hier am Ende der ersten Folge ein erschreckendes Detail entdeckt, wenn man eine bestimmte Radiofrequenz einstellt und das Ganze zweimal. Und jetzt sollen wir das Ganze noch einmal tun und es geht schon wieder gut los. In die Richtung geht's nicht. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Ah, es klingt so... Ja, es klingt... Äh... Satanisch. Das frage ich mich auch. Okay, wir gehen einfach mal mit. Das ist gonna sound stupid, but there's like something in here. Famous last words. Famous last... No, I see it too. I'm sure there is something in there. Like a giant rabies filled bat or a maniac who wears mannequin wigs. Or it kind of looks like a pool or something. Like a fresh water one, maybe. Let's check it out. It's not that far in. If it's a pool, that'd be cool. I... ähm... didn't mean that to rhyme. Cool pool. Ja, die brownies kind. Fortune favorit the bold. Haha, bye. Warte mal. Jonas! Well, I'm going to just rest against here, because I think... Pssst, I think I miss measured the magic. So, und wenn ihr Kopfhörer getragen habt, dann, äh... Arschloch. Dann habt ihr jetzt gehört, dass der Arm quasi ins Ohr geflüstert hat. Das hat sich echt, äh... interessant angehört. So, also Clarissa ist mir echt unfassbar unsympathisch. So ein Arschloch, ganz ehrlich. Hab ich ihr auch quasi klar gemacht. 22 Uhr. Wir sind jetzt in der Höhle. Jonas? Jonas? Okay. Wir müssen also auch noch klettern hier. Geht ja gar nicht. Der ist einfach weggelaufen. Ich versuche, den Mauszeiger immer aus dem Bild zu machen, weil er natürlich irgendwie stört. Genau, äh, wie mit der Facecam, die ich angesprochen hatte. Okay, aber ich bin mir sicher, wir werden Jonas noch finden. Hopp. Und hopp. Jonas, wirklich? Wo bist du? Warum würde ein Mann hier einen Ashtray bringen? ... 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 Warum würde ein Mann hier einen Aschermächer bringen? Oder eine Pfanne? Ein Stift oder ein Aschermächer? Keine Ahnung warum. Und kriech, kriech, kriech. Denn... Was ist das denn? Was? Ein Hund? Triff einen Mann wegen eines Hundes. Wird gemacht. Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Entschuldigung, ich habe jemanden hier gehört. Aber, du kennst, es ist nicht. Aber ist das Ort unglaublich? Ich meine, ich weiß nicht, wie das passiert. Das ist, ehrlich gesagt, mich beeinflusst. Ich fühle mich in der Untergrund der Untergrund. Die Böse Lacht. Die Böse Lacht. Hä, woher ist er dann? In welchen kleinen Luftflüssen er hiberniert? Es gab hier irgendwo ein Licht. Ich will trotzdem sehen, was es gemacht hat. Es muss nur noch weiter in sein. Lass uns versuchen, es zu finden, bevor wir zurückkommen. Ja, ich bin immer mutig. Oh, als ich gesehen habe, wie ich hier geflogen habe, um dich zu holen, vielleicht sollte ich es das beste machen. Ja, und ich meine, schau, wenn es cool ist, können wir die anderen. Und wenn es nicht, gehen wir einfach weg. Jonas, ich will eigentlich nicht vorlaufen. Jonas! Okay, wir müssen vorlaufen. Danke. Danke, großer Bruder. Danke. Das ist, das ist schön. Wie ist das? Ist es ice? Ich weiß nicht. Die Schäden sind kalt, aber nicht alle. Was? Wie ist das... Du siehst das, ähm, Triangle-Light-Triangle-Thing? Ja, ich habe es. Ja. Es muss sein, wie ein Räumen, oder wie ein Reflexion von Licht. Das existieren, oder? Um, Cave, Triangle, Rainbows? Es sieht nicht wirklich aus wie ein Trick of Light, Jonas. Es sieht aus wie ein Science Fair project, einfach nur da. Ich denke, das ist alles tied zu wenn du in die weirde Signale in die... Apart von der, ähm, Triangle, das ist, ehrlich gesagt, das ist das Wahnsinn in hier. Wie ist das, wie es sogar in? Und ich meine, aside von etwas Wasser-Dammage, es ist nicht wirklich so gut. Ich weiß. Try your radio. Maybe that's like a frequency, or something. Like if it'll have an effect. Vielleicht better. Maybe, ähm, later. Come on, let's do it now. Saw the man, not the dog. What the craft does that mean? A guy who can't see dogs? Did you see the first half? See a man about a dog? Yeah, I don't get it either. Okay, dann versuchen wir mal unser Radio. Let's do it. Come on. Radio time. Das wird bestimmt super bei dem, was eben schon passiert ist. Ich denke, das ist die falsche Richtung. Alex, wirklich. Ich will sehen, was es tun wird. Was war das für ein Geräusch am Ende? 106, 107... Was ist das? Das ist doch nicht normal, oder? Es passiert nichts. Ich mach doch schon. 107... 100... 99... 98... 97... Please, Alex. Please. Let's do the tuning thing. 96... Okay, das war's aber nicht. Okay. Just... Do whatever you want. 95... 94... 93... 92... 91... 90... Oh Gott. Nein, ich will's nicht. Tschüss. Part Ende. Oh mein Gott. Ist das... Ist das... Ist das... Du? Ja, ich mach das. Das machst du? Äh... Ich... Ich denke... Ich kann mal höher gehen. Da... Äh... 92... Ich kann nicht mehr... Wie... Was ist... Was ist... 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 Was? Ist das... Ist das... ... ... Hallo? Hallo, alle. Sog, hallo? Hallo? Uh, hallo. Sleepy, treme, gel, everything. Fine. So, you don't know if... ...is possible. This is insane. Uh, who... Are you... Who... Who are you on the... Listen, Bob two. She two. Sleepy. Time down. Is... possible. Um, yeah. Sure, leave possible. Bob two. Leave children, my brothers. See them soon. Alex! Was denn? What the fuck? Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier ist der Zeitpunkt, wo ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Das war gut. Das war super. Oh Gott. Alex! 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 Ist gut vier. 23 Uhr. Alex? Na? Ah, bist du okay? Bist du okay? Ah. Was ist passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Dann hier. Ich bin... Ich bin ein... Wie weit. Ich bin ein... Ich bin ein... Aufmerksamke. Und ich bin ein... Obwohl ich mich bebaut auf diary. Dann Tauche. Ich bin ein... Teil hier. So... Das ist... Mannheim. Ich bin einfach weg. Eine neue Läge. Ich bin wirklich nicht in der Lage, so es ist, die Zeit zu kommen ist jetzt, glaube ich. Hardin Tower. Oh, es ist das, glaube ich, weil der Radio-Mann, der es gesehen hat, er war Major Richard Hardin. Ich weiß nicht, warum ich das erinnere mich. Wait, der Manns Name war Major Dick Hardin? Haha. Haha, ja, es macht quasi den ganzen Tag wert, nicht wahr? Ich würde nicht so weit gehen. Tut mir leid. Okay, fast oben. Boah, der Wind hier oben, das hört sich so gut an. Das hört sich so, so gut an. Okay. Ausblick. Also, Clarissa kann gerne sterben. Die sind einfach dämlich. Zufall suchen. Geil. Es ist lockt. Lass mich versuchen. Und was genau kannst du tun, außer dass du es mehr schmerzt hast? Oh, du wirst es sehen. Was ist die Ersatzung? Die Skills von einer unerwalteten Jugendlichen? Das ist keine Regensart. Das ist keine Ersatzung. Was machst du denn? Was machst du denn? Just, hab ein bisschen Vertrauen. Ein bisschen Vertrauen. Ist doch nicht Fenster offen. Sie? Oh mein Gott. Und ich ohne meine Kamera. Oh Gott, schau mal. Okay, und was ist jetzt hier drin? Oh. Wie ist das Ding... Generator. Die Fenster sollte jetzt weg sein. Great, aber ähm... Don't take a fence, if I want to throw a stick at it first. Doch, das ist nämlich die Übel. Well, ich will. Und have taken a fence at your not believing in my ability at flipping switches. Maschinen. Ist da jemand? Ist... ähm... Is anyone there? Okay. Ja, schön. Es ist... ähm... Tod. Dead. Did you get anyone? What? I don't think so. Auf uns jetzt. Achter. Maschinen. Warning, do not use aboard ship. Unsafe... Radiation limits. You know, I'd normally find this stuff kinda interesting, really. You know, normally. You don't have to make me feel better about getting you trapped on Horror Island. Horror Island? It sounds a little different than what we're on right now. Horror Island will us packen. Ähm... I don't know. Ben Hur. Oh, Telefon. Habe ich noch gar nicht gesehen. There's a dial tone, but... there's a note here. Does not call out. Please dial station code for service. There wouldn't happen to be a code there. Would there? No. Nada. Miente. Oh, God. Jesus. Hello? Alex? Huh? Is that you? Yeah, it's me. Oh, Jesus. Hop in Christ. Thank Vishnu. I... You guys wanted that hole and a bunch of stuff. I have no idea what happened. Ren and I just woke up like 15 minutes ago. I saw the light on in the... uh... the tower thing. Hey, did you know that it's named after some guy named Dick Harden? Uh-huh-huh. Ren, how are you calling us? Phones don't work here. It's... it's a code written on this... list here. But it's not a normal phone. I can't call out. I'm at, uh... the way station or whatever in the woods. It's been like... like just the worst thing ever. Just... Defcon... I... how did you get all the way out there? Did you just take off sprinting when I went after Jonas? No, like I said, I must have, like, passed out or... I don't know how I ended up here. Wait. I... I think that's the other line. Maybe it's, like, a night watchman or something? Or they do, like, check-ins, maybe? Wait. What's that sound? Someone's crying in there. Is there a cat crying in there? Just... hold on a minute. I'm gonna see who it is. Okay, but make it quick. Seriously. Hello? Oh, Jesus Christ. Alex? Why are you answering it? This... It says it's an emergency line. Where are you right now? Clarissa? I'm in the comm tower, Clarissa. Scheiße, I got some best of opportunity. I... I don't know. I'm somewhere in... Fort Milner? I don't know why I... I don't remember, like, the last hour. I'm trying to call somebody, but I'm in a room with radio stuff that can... It says it can contact Camina, but I don't... I have no idea how to make it work. Can you just come over here and figure this out with me? I don't care... No, just... Come here instead. Fort Milner's all the way on the other side of the island. Yeah, I know it is, Alex, but why would I go to the comm tower when there's a working radio that we can use to get help here? Ja, auch schon. Fort Milner looked huge on the map. Do you know where the... Danke schön. And it dies, ladies and gentlemen. Ren, are you still there? Fun. Yeah, I guess that'd be too easy. So, want to truck over to Milner first, see about that radio? I mean, Clarissa can be a handful, but... Okay, our rescuing duties have officially commenced. Let's get this done and get off this rock, like the badass as we are. Yeah, right. And it's time to get off this rock, let's get off this rock. Okay, let's get off this rock. Oh, man, der würde auch den Turm total knarzen. Als würde der gleich umfallen. Wirklich, äh, kein schönes Gefühl eigentlich. Komisch, oder? Turm fällt gleich um. Ja, wunderschönes Gefühl. So, ich hoffe, er ist halt noch dran. Wenn ja, dann lasst mal ein Abo da. Oh Gott. Äh, hallo, Jonas? Kommst du mit? Ah, ja. Schön. Ich warte mal auf ihn. Oh, äh. Also, jetzt noch Fort Milner. Ich bezweifle, dass auf dem Weg dahin alles, alles glatt läuft, weil bisher waren ja irgendwie alle Wege mit irgendwas komischem belegt. Die meisten zumindest. Ich wusste aber leider Geld. Entschuldigung. So. Elektrozaun. Haben wir ja gerade abgeschaltet. Harden Tower. Epiphanie. 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 Epiphanie Field. Ja. Ich glaube, so. Zu Epiphanie Field gehen. So. Puh. So, weg vom, vom Tower jetzt. Ich trinke nochmal einen Schluck. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin gut, ich glaube. Warum? Äh, weil alles verrückt ist. Äh, weil alles verrückt ist. Äh, weil alles verrückt ist. Du weißt? Also, just make sure, dass deine Schuhe noch an deinen Faden sind. They are. They are. How are you? Äh, na. Okay. Könnte besser sein. Äh, könnte besser sein. Aber, wir gehen durch das und dann zu größer und besser. Okay, hier ist Fort Miner. Gut, Tuck. Oder vor. Fort Miner. Puh. Ich sag's, äh, nochmal, falls ihr euch jetzt vielleicht, äh, wundert. Ich werde hier nicht so viel sprechen. Hä? Was ist das? 12 Uhr ist unser Null. Clarissa. Clarissa. Dammit, ist das Ding funktionierend? Wenn jemand mich hören kann, bin ich in Fort Milner, in der, äh, ich denke, Krap, ich denke, in der Gym oder so. Well, sie ist irgendwo hier irgendwo. Ich war mir wirklich, dass sie, ähm, vielleicht verlassen hat. Sie sohlt weird. Wie, nicht nur statisch weird. Like, could be the system or whatever, just the equipment making our sound deformed. Hm. Könnte sein. Oder auch nicht. Hey, hier ist Country Musik. Wren said something about Fort Milner being decommissioned, right? But, and hear me out. What if it isn't? What if they just said it was decommissioned and there's like, still people. Like, in there. Like, doing stuff. Das wäre ein bisschen komisch. Decommissioned since 1974. They didn't have any use for a billion dollar defender of Willamette Valley. Go figure. Yeah, but what if they just said it'd been decommissioned since 1974. Just, what if all the stuff that's like, happened to us, the stuff we've been seen on this line. The direct result of some government secret project. Like, what if there's, ähm, Auf keinen Fall. Hey Jonas, come on. Conspiracies are comforting, because they explain what can't be explained. Well, there is an explanation. I mean, no matter how it's done, there is one. Which saw more than 100.000 students take its curriculum. During the years it was open. It's just my going for the time now. So, okay, tschüss. Tch. Hey, it's gar nichts. Ich dachte jetzt, Oh, das ist fein. Das wollte ich gar nicht. Ach, du scheiß. Jetzt ist sie restriktet. Jetzt ist sie ja... Jetzt müssen hier direkt Filmbalken eingeblendet werden. Schießplatz. Spooky. Yeah. You ever fired a gun? No. Never really wanted to either. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Yeah, me neither. My grandfather had a... A snub-nosed centennial. Even small, they're heavy. I never liked it. It's just my going premise right now. So. Photography prohibited. That is a very serious sign. Restricted. Keep out. Well, they're not messing around. Yeah, that sign's old. Like, back when we were fighting Nazis, old. Nazis. Still, it's a little disconcerting. Is... Einrichtungen... Milner Außenposten, hä? Achso, da, da... Hoch, oder wie? Ist jetzt Clarissa da oben? Auf dem Turm? Achso, der Turm ist da zu Ende. Oh nein, muss ich hier irgendwas mit dem Radio machen? Das Licht... For some reason it reminds me of the cave. Oh nein. Oh nein. Nein, ich wollte das nicht anmachen. Scheiße. Also, ich hab das angemacht, aber ich... Äh. Ich muss es tun. 102. Äh. 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 101. Komma 3. Dinner time. It's never too late to make dessert. Not anymore. What the hell is this? What the hell is this? Do you want to play a game? Nein. Uh. Alltage wieder. Alright, I know the answer is no, but we kind of do have to find Clarissa, so... Let's just ignore the question and thank the weird... Oh wait, seriously? Doors that open themselves have been, like, a really bad thing in my experience. Oh, really? Even automatic doors, like, in supermarkets. Witzig. Ja, so war die. Well, I got my elbow pinched in one of those one time, so yes, even those. And I'm sure it was traumatizing. But we gotta go anyway. Sorry. Oh Gott, die Sounds hier im Hintergrund, ne? So ganz leise säuseln. Die beruhigen, äh, immens. Okay. Im Hauptkomplex gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich zum Hauptkomplex gehen möchte. Hm. Ob ich das möchte, seht ihr aber in der nächsten Folge. Cliffhanger Profi. Ich hoffe, es hat euch auch, äh, die zweite Folge gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Und lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Und danke fürs Zusehen. Tschüss. Und ich morgens. Und da für mich bei 5-2-0-3-0-2-0-2. Und daamientos. Après mich bei 5-2-0-2-0-3-0-2.